Ja, ich bin die Lisi Schwarmes. Ja, ich wohne in Absalm, Zunderkopfstraße 15, ja. Und ja, ich studiere Englisch und Geografie für Lehramt. Okay, super, danke. Und die Idee für die Zukunft Tirols, wie lautet die jetzt? Ja, also im Sommer, dass die Öffis gratis werden. In die Sommerferien, genau? Also das gibt es in Wien, gibt es das schon, halt für Schüler. Und das ist schon super. Also nur für Schüler oder für andere Personen? Also ich finde es super, wenn es für Studenten auch gratis, ja, den ganzen Sommer, klarerweise. Aber jetzt gibt es halt in Wien nur mal für Schüler, aber das finde ich schon super. Und in die Richtung, ist das schon mal was gewesen? Hat es da schon mal so was für ein Sommerticket oder so gegeben? Oder ist das noch nie vorhanden gewesen? Nein, also in Wien ist es eben so, dass einfach, die Schüler müssen halt ihren Schülerausweis herzeigen, wenn wer kontrolliert. Und dann, mehr wird da nicht geschaut. Und das möchtest du in Innsbruck oder in ganz Tirol auch haben? Ja, in Innsbruck wäre es super, eben für Studenten und Schüler. Den eigenen Nutzen auch. Genau, weil eben im Sommer hat man eben nicht das Semesterticket und von daher wäre es dann super, wenn man auch was hat. Wenn es gratis wäre dann. Okay, super, danke für deine Idee.